Jeder Schuss, ein Treffer. Und das war's. Vielleicht noch ein bisschen Infanterie oder so. Aber das, nicht viel. Nicht viel, auf gar keinen Fall. Die Minen waren ganz gut platziert, glaube ich, die letzte Folge. Und auch die Positionierung der Einheiten war eigentlich ganz gut. Ich glaube, da gibt es nicht allzu sehr zu meckern. Wir haben in der letzten Mission allerdings sehr wenig Vorschusspunkte bekommen. Ich glaube, nur fünf oder so. Das heißt, wir haben jetzt keinen neuen Panzer entwickeln können oder etc. Ich habe aber trotzdem eine neue Einheit mit reingenommen. Und zwar Panzerschreckeinheit. Damit wir von der Infanterie auch ein bisschen was gegen Panzer tun können. Die habe ich jetzt zur Ergänzung, glaube ich, fast in jedem Zug so ein Paar mit einfach mal reingestellt. Ich habe gesagt, noch fast in jedem Zug ist eigentlich einer drin. Ja. Drei. Vier. In jedem Zug ist einer mit drin. Einfach, damit wir so ein bisschen flexibler reagieren können in den Gefechten. Ich glaube, dass uns das Ganze ganz gut tun wird. Und ich freue mich schon darauf, mit dem Typen zum Panzer zu reden und den in die Luft zu jagen. Wird mir schon geil. Gut. Ähm. Die Map ist Batterie von Chrisbeck. Sieht auf jeden Fall nach, ähm, Schützengeräten aus. Ähm. Sonst musste ich ja eigentlich gar nichts mehr ändern, glaube ich. Nö. Kann alles so bleiben. Auf geht's, Leute. Wie immer am Ladebildschirm, Leute. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und lasst natürlich den Daumen nach oben da. Für den Algorithmus. Ganz, ganz, ganz wichtig. Haut da auf jeden Fall mal fleißig auf die Tasten. Das muss scheppern, muss das. Richtig, richtig scheppern. So, sollte gleich losgehen. Können wir mal noch einen Schluck zu trinken aus der Flasche. Sieht eigentlich ganz nach einem nice Schlachtfeld aus mit den ganzen Bunkeranlagen hier. Und wir haben Pisswetter. Na, das passt ja hier zudem in Deutschland. Wir sehen einen großen. Und zwei kleine Spots zum Einnehmen. Fast alles ist so ein bisschen eingebunkert auf jeden Fall. Boah, was? Die schicken direkt drei Panzer ins Gefecht. M3. M4 früh mit verstärkter Panzer und noch ein M3. Meiner ist jetzt nichts gefürchtetes, ne? Ja, alle 50 Millimeter Panzer rum. Das sieht ein bisschen böse aus, das Ding hier. Ich glaube, das hier kann auch mal ganz gut Infanterie wegmähen. Nichtsdestotrotz, die haben keine Chance gegen uns. Dann wird man noch ein bisschen in der Deckung. Ja, woalım ist es? Ja, wo? Mal gucken, wie weit wir fahren können. Mal richtig breit machen. Kommen wir ja nicht über den Goliath. Ja. Mal gucken, wie weit wir sind. 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 Hier haben sie einen Panzer stehen, alle hier. Hmm. Spannend auf die Entfernung. Spannend auf die Entfernung. Manuell geschossen. Kompär den Heer! Achtung, zwei Quatschen! Super! Kompär den Heer! Die Befehle! Zettel in der Mon Mad십! Richard Schiff ist startet. Kompär den Heer! Kompär den Heer! voll in der wanne angekommen hier die erste ist hier oben vorweg bei uns kein ziel von goliath finde ich hier oder mal da war da ein panzer Ja, komm. Nachladen! Feuer bereit! Rops! Nix zu lachen für euch! Was haben wir hier? M8! Auch Witzen Fahrzeug, okay! Interessant aus! Ganz schön schnell das Ding! Panzer! Wir sind einsatzbereit! Lade nach! Wir sind nachgeladen! Bereit! Lade nach! Faschen! Lade nach! Guck! Herb! ist ja gut ist schon kaputt mein gott ist es denn gleich so zusammenschießen der ist doch am qualmen hier wohin mit dem ding so bitteschön schweinebacke los war schneller los Wo fahren wir denn denn am besten hin? Steht ein Browning. Hier auch. Ich fürchte irgendwie, dass wir nicht nah genug drankommen. Ich fürchte irgendwie, dass wir nicht mehr die Waffe haben. Der wenigste geht vorbei. Achte, kein Geschick. Oh, ah, ich gepennt. Aber die Kette ist schon kaputt, leider. Feindliches Geschick. Wo sollen wir mit dem Teil... Achte, Feindliches Geschick. Achte, Feindliches Geschick. Achtung, Feindliches Geschick. Los fliegen. Lauf heute! Anzenmeldung, 1.0.1. Achtung, Feindliches Geschick. Achtung, Feindliches Geschick. Achtung, Feindliches Geschick. Ist der Pflanzer da? Achtung! Feindgeschütz! Schnell in Deckung! Feindliches AG! Achtung! Feindliches Geschütz! Noch weiter dahin, im Hintergrund. Achtung! Feindliches Geschütz! 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 In Deckung! Nur noch bis Weihnachten, am Sven sagt. Natürlich! Ist das nicht down? Achtung! Feindgeschütz! Wir haben nur den Turm getroffen, Leute. Zweimal. Der Turm ist dabei. Der andere will scheinbar nicht. Kann ich aber von hier aus leider gar nichts sehen. Der Turm ist dabei. Ich glaube, der hat sich festgefahren. Der kann da gar nicht mehr raus. Ist das alles? Ich habe die Schüsse hier oben drauf gekriegt, kann das sein? Oh, yo. Ah, ich will noch einen Tiger abkippen. Ich bin einfach bereit. Wo soll das Ding hin? Geht's los? Wie laufen die Gefäde? Ja? Geht's los? Ja? Wohin mit dem Ding? Geht's los. Wohin mit dem Ding. Jeder Schuss eintreffend. Kanzo meldet sich einsatzbereit. Kanzo meldet sich einsatzbereit. Okay. An der Richtung, an der Richtung. Hallo, drehen. Kanzo meldet sich einsatzbereit. 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 Töne bildet sich einsatzbereit. Feuerbereit! Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Was machen wir jetzt? Truppenführer! Lade nach! Wir brauchen hier Feuerbereit! Oh, ich glaub der war schon kaputt. LOL Unbegreifen! Bereit! Sucht euch Deckung! Unbegreifen! Wo soll das Ding hin? Weitere Bewegung! Feuerbereit! Bereit! Return fire! Lade nach! Feuerbereit! Sorry! Ja, sorry. Du mich ja auch. Lade nach! Feuerbereit! Pass auf! Nachladen! Feuerbereit! Immer interessant ist derjenige Wegflieger den ich überhaupt nicht getroffen oder überhaupt nicht gezielt habe. Feuerbereit! Steht denn hier noch irgendwo was Maschinengewehrmäßiges irgendwie? Steht denn hier noch irgendwo was Maschinengewehrmäßiges irgendwie? Da kommt nochmal ein Nachschub. Bereit! Lade nach! Feuerbereit! Feuerbereit! Löckchen! löschen Oh, halt schon nicht tun. Ja. Wasser brechen ist nicht so gut. Feuer bereit! Halte die Umgebung im Auge! Bleibt nicht die Unternehmung! Bleibt! Bleibt! Halt schon! Geht! Schuss, steigt! Achtung, Feindpanzer! Achtung, Feindpanzer! Wo kommt der denn her? Achtung! Feindpanzer! Ist der kaug noch Einsatz mehr? Sie lauten die Befehle! Beweist in Schwererverluste! Achtung, Feindpanzer! Euerast, was die Befehle ist! Wo kommt der denn her? eine stelle nur noch bis Weihnachten haben sie gesagt ist das so ein Geräusch ok das ist ja der Tiger hab ich ja auch geschossen krass hatte ich gar nicht so mitbekommen ich hab zwar den Knall gehört aber ist bei meinen Truppen aber noch eigentlich alles durch oder das sehe wir können mal ein bisschen Panzerklo nach oben schicken schon mal als Ersatz da schnell, in Deckung nehmt das Teil in die Hand und los was sollen wir tun wir lauten die Befehle Panzer, wir sind jawohl wir brauchen nun Feuer bereit nachladen Feuer bereit bereit Feuer bereit! Was macht ihr da? Bereit! Jawohl! Bereit! Jawohl! Wo bleibt denn die verdammte Verstärkung? Stopp! Wir brauchen hier oben mit Trinkern! Stopp! Ich hab's hier aufheben! Wir haben eine Erranger, die ihr befehdet! Wo bleibt denn her? Lasst sie gleich fressen, Männer! Was ist das alles? Achtung! Kein Geschütz! Der Panzerkampf hat vier Geschossen hier. Ich krieg das dann beide Ketten ab. Ihr kriegt keine Waffe mehr. Oh, guck mal hier, wie die da schön in der Reihe stehen. Feuer bereit! Wir sind schon viel in den Schützengräben da vorne scheinbar. Feuer bereit! Wir sind bereit! Haben wir ein Waffenbeweg? Ja! Rade nach! Ja, ja, bereit! Wir lauten die Befehle! Wir haben die Flüsse gehört aus! Panzer, wir sind einsatzbereit! Bereit zu feuern! Rade nach! Yoda auf! Wo soll das Ding hin? 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 Warte im G, ne? Wo ist es? Wo soll das Ding hin? Wo soll das Ding hin? Wo soll das Ding hin? Wo ist es? Boah, der ist ja voller Sliper hier. mein gott das ist ja schrecklich wir brauchen hier vorne dringend Munition wir laufen die Befehle da kommen noch mehr Sunny ja ich glaube ich hat es erwischt wo ist der Tommy ich werfe eine Handgranate auf ihn der Punkt jetzt uns eigentlich schon steht auch noch zwei da hinten wahrscheinlich hier im Haus drin ja im Haus er ist am rauchen oder was auch interessant wo wollen die denn hin geht's los hat man schon mal mit einer Panzerfaust auf dem Ding ist geschossen auf dem mannequin wollten wir aus zu befehlen befehle wohin sind das Boden Boden Luft Luft Raketen oder was wo ist er wo ist er immer noch lang wo ist es ein Flammenwerfer ist er und breit davon hält alles ab war 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 Lade nach! Es kann wohl! Feuer bereit! Feuer bereit! Lade nach! Feuer bereit! Panzer einsatzbereit! Lade nach! Feuer bereit! Was sollen wir tun? So, die Mitte hätten wir dann auch. Panzer, wir sind einsatzbereit! Achtung! Halt sie weg! itter Oh mein Gott! Au reich entweder! Ist das gleiches? Wut 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 Achtung! Feindgeschützt! Schweine! Was ist noch da noch? Was ist noch ein Browning? Panzer erwartet Ihre Befehle! Schweine! Eine Menge M4s zum Reparieren! Wenn ich das hier sehe... M3... Da haben wir viel Beute! Ist auch ein M3, ist uninteressant! Drei als schwerer Panzer angezeichnet! Mittlerer Panzer! Oh, ist jetzt echt nur ein M4 übergeblieben? Ja, so ein Mist! Jo, die anderen sind geplatzt! Ja gut, wo so ein Tiger hinschießt, ne Leute, da bleibt nicht mehr viel über! Tch! Das ist dann nun mal so! Ist kaputt! Ach, das ist hier mitgemannt! Unterwegs! Was sollen wir tun? Darin lebt da noch irgendwo einer? Wahrscheinlich da im Bunker drin... Irgendwo... ... Der hier in dem Bunker... ... ... ... ... ... ... get your ass in cover voll erschrocken hätte man auch oben reingucken können das wäre wirklich mal eine richtig geile Sache wenn wir mal so ein Verteidigungsszenario hätten wo wir mal diese ganzen Bunker auch wirklich so benutzen könnten dass wir unsere Einheiten hier positionieren können das würde ich doch echt mal geil finden naja dann gehst du hier rein und nimmst hier schon mal das Geschütz mit was auch immer das hier ist sieht ja aus wie eine fette ach da steht drauf 15,5 cm Feldkanone ja aber das wäre doch mal was cooles ist ja das die selben oder dass wir dann sagen wir haben hier diesen ganzen Abschnitt für uns zu verteidigen und von da kommt der Feind das würde ich feiern guck mal der sieht ja aus wie neu der M4 hier ja das war der den wir hier unten in der Wanne geballert hatten dann war er down und hier oben sieht man ganz gut das ist nämlich ein Abbraller hier glaube ich das ist nämlich nur eine Kerbe oder meine schon aber ich weiß noch der erste Schuss ist hier so weggebounced konnte ganz gut hinkommen so ich mache hier noch ein schönes Mannschaftstote für euch und wir sehen uns in der nächsten Folge liebe Leute vergesst nicht den Kanal zu abonnieren lasst den Daumen nach oben da wie gesagt und schreibt gerne was in die Kommentare ich lese mir die immer gerne durch bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017